Herzlich Willkommen bei Daten und Bauimmobilien. Mein Name ist Matthias Wiedl, ich bin 34 Jahre jung, habe Immobilienwirtschaft und Facility Management studiert und bin seit mittlerweile zehn Jahren als Immobilienverwalter und Makler in Nürnberg tätig. Wenn auch Sie Ihre Immobilie vermieten oder verkaufen möchten, zeige ich Ihnen jetzt, wie wir auch diese modern und effizient vermarkten können. Bis zum nächsten Mal.